Herzlich Willkommen zurück zu Medi-Evil, ähm, das ist halt alles bescheuert, ey. Äh, wir werden uns hier runterfallen. Okay, dann machen wir das. So, folgendes, äh, wir werden unseren Arm, glaube ich, ausrüsten. Das ist eine sehr gute Idee. Ich hatte gerade so Probleme, muss das Level nochmal neu starten, aber irgendwie hatte ich Zwischengespeichert, wo wir Game Over waren. Also dachte ich, okay, jetzt ist ein Spielstand und dann wurde mir der falsche Fall geschlagen und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt noch drei Level machen. War vor dem schlafenden Dorf und, ähm, ja, es hatte zu kämpfen und dann habe ich gesehen, was, da ist ja noch ein anderer Spielstand, nachdem ich das schlafende Dorf nochmal gemacht habe und, ach Gott. Ja, das ist, äh, Verwirrung pur. Ähm, nee, nee, warte mal, ich konnte ihn noch werfen. Okay, warte, 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 so, okay. Okay, okay, alles gut, alles gut. So, weil wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Armbust und so heben wir uns ein bisschen auf. Wir hätten, glaube ich, das Level sonst vorher fast geschafft. Was so ein bisschen ärgerlich ist. Aber das ist halt so geil, das macht so Spaß. Guck mal, ne, 50 nehmen sind weg. Sobald mich einer trifft, das ist halt so hart. Komm, wir müssen ja nochmal üben. Äh, das wird sonst halt nix. Nicht mal irgendwie beide getroffen, ne? Gar nicht, ganz vergessen. Jo, das ist halt, mhm. Komm, komm, renne, 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 renne. Okay, ist ja gut. Gut, aha. Ist schon ganz geil mit den Verliesen. Steuerung überfordert mich leicht. Jo, wie er dann einfach ansprintet wieder. Gut, wir brauchen nur drei Schläge, aber trotzdem. So, noch einmal Tränke und alles. Der hat mich fast wiederbekommen. Jo, das ist halt unglaublich. Ist aber cool. Ist ein bisschen die Abendung mäßig, ne? Okay. Einfach die Nächsten. Muss halt auch wirklich genau in seine Richtung gucken, ansonsten kannst du das voll vergessen. Jo, jo. Alles klärchen. Was sag ich mit dem Schild hier? Achso, kann ich jetzt gerade nicht benutzen, weil... Okay. Komm, wir probieren's einfach mal mit dem Hammer. Versteh ich nicht. Jetzt ist gleich das nächste weg und wir sind in der ersten Phase. Haut nicht hin. Ist krass. Muss ich lernen. Und die haben hier wieder Schaden gemacht, einfach. Ich glaube, ich spreche hier trotzdem, oder? Ja, komm. Jetzt ist das unglaublich. So, warte mal. Hier nehmen wir aber am besten wirklich den Arm. Okay, wir können sie mich nicht treffen, ne? ok sie können mich treffen jetzt bei der letzten lebensflasche eigentlich ist der letzte raum der härteste ja ist ja gut er rennt man schon nicht du musst die falltasten drücken damit er rennt das ist ja nicht irgendwie einkreisen lassen ja und weil er ihn jetzt so hart dieses level cool so unglaublich das timing ok im nächsten das kann ich noch da mal also zweimal schnell hintereinander das problem ist wenn er echt nicht weiter rennt und da trifft er nicht es ist so unglaublich warum trifft er doch hatte aber lustig immer noch keiner weg der ist weg 27 prozent könnte dauern ich hab natürlich noch wofdolche und armenbrust die hebe ich mir aber jetzt clevererweise auch für die schwereren gegner damit war ich wesentlich besser mir fast schon wieder leben gekostet jeder noch einfach plötzlich schneller rennen und nein ich hab mich natürlich wieder getroffen ich krieg dir anders nicht weg ne 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 ich muss das so machen ja ne kannst du da vergessen das kann aber auch nicht das kann nicht sein dass du bei gegner berührung ne ne komm 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 jetzt ist aber gut hier er rennt einfach nicht mehr er rennt einfach nicht mehr ok das hat geklappt woran bleibst du denn im eigen was ist mit der steuerung kaputt so ok wir versuchen es gab hier keinen mehr zum kaufen schade sammeln dir auf die nicht treffen ja der hat schon wieder nicht getroffen oh nicht gut jetzt haben sie mich wieder ich hab kein leben mehr das ist unglaublich dann eigentlich schon wieder neuen an so geil gemacht 50 leben das ist so unnatürlich ich bin gleich tot ja kann ich schon wieder neuen an ich muss das halt hier mit probieren ich muss das halt hier mit probieren okay also das ist der sicherste weg okay das ist das was ist das das ist das das ist das okay so und genau da sind wir gescheitert beim netz mal er muss sich für einen kampf benutzen du kannst es mal probieren so lange die flägermörser da sind was ich muss ich die bootdingern nehmen das ist ganz cool das ist ein neues jetzt ist der hinter mir toll ich hab lieber die fläder mal so ab ja manchmal rennt und manchmal nicht das macht mich echt übel das entscheidet ob du schaden bekommst oder nicht einfach nix trifft jo ok ok das ist doch unglaublich ich kann natürlich auch die armbus erst mal komm wir gehen auf die besser ich habe nichts getroffen so gar nichts warum greift er denn so wir haben bald mal die fläder ist das ein geiles level ich weiß nicht ob ich mir es nur so schwer machen habe ich jetzt nicht glaube ich habe immer noch nicht da jetzt habe ich ein wenig rausgenommen ich glaube ich speicher hier ja mach ich warte mal warte mal ich habe ja hier gespeichert jetzt muss man wieder ein bisschen sparen vielleicht ich weiß es nicht aber scheint mir irgendwie sinnvoll das war cool das war cool das war ganz schlecht schade gegeben interessant so speicher ist hierher kommen toll toller speicher punkt ok jetzt klappt es besser ja wie soll halt einfach in dich reinrennen oder kannst du nix machen komm rennen wir alle hin ja toll alle noch zu sehr verteilt damit kann ich nicht arbeiten damit kann ich nicht arbeiten müsst ihr euch erstmal ja alle irgendwie sammeln mal gucken ziemlich cool ja ok das bringt jetzt gerade noch gar nichts ja ok das bringt jetzt gerade noch gar nichts ja ok das bringt jetzt gerade noch gar nichts einfacher bezeichnende dann unterschied zwischen den runden und den grünen aber dass die 50 abziehen das ausscheinend nicht richtig hier füchern das was ich mich gerade frage die überhaupt aufhören oder ob die dafür sorgen sollen dass du nächsten raum gehst es hat nicht noch mehr das ist so unfair so unfair gleich konnte ich jetzt nicht bei mich etwas an kurz sondern ich glaube wir drehen irgendwann mal in die andere richtung das ist noch kein Schaden das ist so gnadenlos alles es ist so gnadenlos so schweigern da hast du sie einfach nicht mehr treffen lassen da ist der schuss sollte gucken dass die sitzen da ist der ja ja was wie viele schüsse nicht dass nachher unten fernkampf viel kommt wo du nur das machen kannst wenn du nix anders bleibt damit dort in und und wo 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 Ah, die Sprecherin. Toll. Warum? Oh, okay. Kann ich ja nachkaufen oder was? Guck mal. Ey, wie unfair einfach. Ey, du kriegst ja kaum angesprochen die Linger, weil die haben so ne kleine Hitbox. Wartung. Schwertverzaubernder erstmals. Wird aber hier erstmal aufhören. Gut geklappt. Ey, die Geräusche haben auch bei den Viechern. Oh, von beiden Seiten ist gar nicht gut. Wartung. 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 Oh Gott Warum denn der hinter? Speichern 85% Dann haben wir wieder Kohle 40% Ganz cool Verzauberter Schwert Wäre natürlich auch nicht so schlecht Ich dachte schon, ich könnte hier mal ein bisschen entspannen Aber ganz vergessen Ey, diese Hitbox Oder das Aben an sich Ach Gott Machen wir nicht so einen Schiss Oh, warte mal, liegt hier noch irgendwas jetzt? Nee, nee Cooler Habe ich auch keine mehr Okay, kannst auch nicht reingehen Kaffee ist kalt mittlerweile Alles klar Alles klar Alles klar Cool Ah, natürlich Stehe ich hier sicher? Tatsächlich Treffe ich irgendwie Hörpunkt will nicht Hörpunkt will nicht Die anderen müssen aber alle zusammen Dann hat sich umfallen Die anderen müssen aber alle zusammen Wie viele daneben, ne? Hm, ich überlege gerade Ah, ist mir zu viel Verlust, glaube ich Okay, da kann nicht getroffen werden Ja, auch noch, oder? Okay, warte mal Das ist ja mal interessant Steuerung bitte Ach man, Steuerung Ach, die Steuerung Ey, dieses, dieses Rutschen Ey, ich warte drauf, dass das besser ist So treffe ich So treffe ich wesentlich öfter So treffe ich wesentlich öfter Okay Schön, wenn wir mal ein bisschen ruhig sind Und dann, ne Oh, okay Ich hoffe, ihr gönnt mir das Ich hoffe, ihr gönnt mir das Ich hoffe, ihr gönnt mir das Verwirklich, ihr gönnt mir das Ach so Soll es ja nicht brauchen, ne? Ach, was ist ja für mich? Womit habe ich das alles verdient? Gibt es da hinten noch irgendwas? Ah, das mit dem rennen und nicht rennen ist so anstrengend. Weil mal rennt er, mal rennt er nicht. Das ist super anstrengend. Was ist das? Oh, guck mal. So, Erdruhne. Was hängt denn hier so rum? Kamera drehen ist wieder nicht aktiv. Oh, ich würde so gerne mal die Kamera drehen, ohne Witz. Unglaublich. Und alle ist der Lieberstahl. Hallöchen. Der Bürgermeister. Oh, bin ich froh euch zu sehen. Der Zarob wollte mich zur Herausgabe des Schatten-Artefaktes zwingen und die Dämonen aus ihren Gräbern im Zauberwald befreien. Aber ich hab ihm gesagt, du kannst mir nichts tun, du aufgeblasener Lackl. Ich bin der Bürgermeister, hab ihm gesagt. Aber dann hat er mich mit den Verrückten hier eingesperrt. Einfach furchtbar. Ich hab seit Wochen kein vernünftiges Wort mehr gesprochen. Ach, ich find's selbst naust. Schaut euch nur um, mein Freund. Der Zarob hat ein paar Sachen hier gelassen. Die könnten euch nützlich sein. Der Bayer. Ein Drachen-Ederstein gefunden. Und er steht auch ganz genügsam. Oh. Das war nicht die Absicht. Also das eine ist ja. Selbststabiler Bürgermeister. Drachen-Ederstein, okay. Das Level geschafft, ey. Aber war saugell das Level. Mal sehen, was wir jetzt bekommen hier am Helmsaal. Eigentlich müssen wir zu den ersten Level nochmal zurückgehen und da voll machen. Aber nö. Oder? Mal gucken. Ist eigentlich keine Herausforderung, ne? Also ich mein, die 100% voll zu machen. Ist ja bloß Feinde töten. Und bei Weitem ja nicht alle im Level. Kriegst halt wirklich leicht geschenkt. So, eigentlich leuchtet der. Wir sind noch nicht ganzer Statue wieder da. Ähm. Ich würde eigentlich super gerne hier mal Fernkampf wieder haben. Du erzählst mir nichts. Ich geh mal hin zu unserem... Hier. Okay. Ich hab'n Helmensaal aber freigeschaltet. Okay. Das ist äußerst merkwürdig. Hä? Gibt's nicht immer was oder wie? Nö, sag nicht. Nö, die Treppen. Guck mal. Wir haben die Treppen freigeschaltet. Ja, noch nicht. Kann ich von dir auch mal nur speichern. Ne. Also wahrscheinlich wirklich immer grün leuchten und du... Achso. Kannst von dem oder von dem. Das sieht mir auch wieder nach Fernkampf aus. Guckt mich nicht so an, lieber guter Weihnachtsmann. Guckt mich nicht so an, lieber guter Weihnachtsmann. Oder sind das Empfehlungen des Grüner? Dann speichere ich eigentlich überall zwischen. Okay. Ja, ich würde trotzdem erst mal zu ihnen hier hinten hingehen. Wie läuft ihr denn herum, Fortescue? Ihr habt keinen Stil. Ich, Ravenhoofs, der letzte Zentaurenprinz, bin schon seit zehntausend Jahren nicht mehr herum galoppieren. Seit genug, Fortescue, nehmt meinen Langbogen, besser als die Armbrust, für Feuerpfeile geeignet, die ideale Waffe. Aber sowas von. Hm, hm, hm. Hm, ich gratuliere. Noch nicht ganz mein Format. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir werden hier den Langbogen einsammeln. Und dann beide. Ah, das wird geil. Das wird richtig super. Ähm, wunderschönen Abend euch und in drei Tagen. Bis dann. Okej, bezuimal, wo instructiert es gut könnt. write e Sweden. Drei. Vielen Dank.